175 Jahre Bahn, ist das schön? 175 Jahre Bahn, was waren das für Zeiten, wie das begonnen hat? Die erste Eisenbahn ist in Österreich gefahren, ungefähr 50 Jahre bevor das erste Auto gefahren ist, das wurde nämlich erst 50 Jahre später gefunden, das heißt, wir waren in einer Zeit von 150 bis 100 Jahren die Treiber des Wirtschaftswachstums, der Wirtschaft, der Mobilität, der Entwicklung in Österreich. Die Eisenbahn als Leitbetrieb für die Wirtschaft ermöglicht es uns, hier wertvolle Arbeitsplätze anzulagern, wertvolles Know-how anzulagern. Im Prinzip mit dem Auto stößt man überall an seine Grenzen, parkplatzmäßig, verkehrsmäßig. Mit der Eisenbahn sind noch Potenziale offen. Was verbinden Sie eigentlich mit Bahnfahren? Bequemes Fahren, ohne auf den Verkehr achten zu müssen. Freiheit und Nerven sparen. Keine Parkplatzsuche und auf große Strecken ist billiger. Und wie gefällt Ihnen das Bahnhofsfest? Meine Kinder waren Luftburg und wir waren beim Raddrehen und wir waren die Züge oben anschauen und am Simulator, also so das ganze Programm durch.